Halt dich nur schön fest. Du weißt, es ist gefährlich und wenn man sich festhält, ist ja gut. Die Oma zieht mal die Hose ein bisschen hoch. Hallo. Hallo. Hallo Papa. Hey Paul, auf welchem Motorrad sitzt du denn gerade? M. KTM. KTM. Das ist der Tank, das stimmt. Das ist ein Straßenmotorrad, genau. Für diesen Tank braucht man einen Schlüssel, das stimmt. Paul, wie heißt dieses Motorrad, auf dem man jetzt sitzt? R1. R1. Aua, au! So! Ich habe alle Schweren. 400. Es ist ein Wunder, es ist ein Wunder. Paul, guckst du gerne Paul-Nelsen-Film? Ja. Sehr gerne? Ja. Ja. Paul-Nelsen. Ich kann dich mit dem Schnuller nicht verstehen. Paul-Nelsen. Sag's nochmal. Paul-Nelsen-Film. Paul-Nelsen-Film? Mhm. Okay. R1 will fahren, Mama. Mama kann doch kein R1 fahren. Ich kann R1 fahren. Paul auch R1 fahren. Du willst R1 fahren? Ja. Beide R1 fahren. Wir beide? Wir beide. Paul-Nelsen-Film. Wir Paul-Nelsen-Film. Robert-Paule. Wir auch Paul-Robert-Film. . Tschüssi. Tschüssi. Die Warnung ist nicht locker, ist das nicht. wer ist der feuerwehrmann der feuerwehrmann rutscht runter hallo feuerwehrmann willi eine Nusshalle danke schön